...einfach 30 Minuten einen Cut machen. Na egal. Ja, wir machen eine Stunde. Stunde des Wahnsinns. Wieso schafft man das um die Bomben nicht? Vor allem, normal springst du voll weit hoch. Und wenn du duckst, springst du auch voll weit hoch. Ich dachte, wenn man duckt, dann springt man nicht so weit hoch. Doch. Oh, das wurde extra so gemacht, dass du es nicht ausnutzen kannst. Kann auch sein. Och man, das bringt... Alter. Ja, mach mich noch fertiger hier in diesem Spiel. Oh, jetzt war ich so weit wieder. Ich mach auch nur 10 Minuten Parts dann. Ja, ja. Oh, meine Füße, ne? Alter. Was ist los, Tess? Alles ist gut bei dir? Mhm. Alles ist gut. Warum springen? Man springt doch einfach zu hoch. Oh, man hätte doch so eine, weißt du, so eine ruhige Phase machen können, wo man sagen könnte, da kann man in Ruhe saven, da hat man 5 Minuten mal Ruhe. Nein, man muss ja alle Dinger so scheiße setzen. Kannst du bitte laden. Meinst du du? Na, ich bin Bananen. Ich komm, ich komm an den Gumpal nicht dran. Richtig. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob ich vorher auf den Stein noch etwas warten soll oder nicht, oder vielleicht direkt durch. Keine Ahnung. Ach so. Meist stütze ich vorher schon ab. Richtig. Doch gar nicht, da kommt man noch gar nicht lang. Oh Mann ey. Ich schaff das mit dem Gumpal hoch, aber ich schaff das an diese scheiß kleinen Baum bin ich vorbei. Die da angerannt kommt. Ah, ich beruhige mich mal so zwei Minuten. Ja, wenn ich gar nicht wissen, wie die Geisterlevel sind. Mh, mies. So wie ich das mitbekommen hab. Oh, Alter, kann diese Stelle mit dem Gumpal nicht so scheiße sein? Ey, ganz ehrlich, das ist die nervigste Stelle. Ja, ich weiß. Ich merk's doch. Bin ja auch schon da. Ja, aber noch nerviger ist die scheiß Bombe. Naja und... Ah ja. Wie geht das nicht? Ich spring mir nicht dieser scheiß Flipper an. Und sterbe dann dann. Okay. Ah, hätten sie eine Pflanze weniger machen können vorne. Und Stein mehr hinsetzen können. Kein Bock mehr. Ich spring jetzt mal mit dem Kopf dagegen. Das gibt's doch nicht. Ah. Müsst du echt noch versuchen, 10 Minuten jetzt hier mehr hochzuspinnen? Oh. Oder 15 Minuten? Ja. Sonst müssten es ja 5 sein. Nein, schon einmal bei dem Gumpal landen. Boah, ich trainiere das gleich einfach nebenbei. Hey. Mit der Banane hier. Ich schaff das irgendwie ohne Mühe da hochzukommen. Ich schaff diesen Sprung mit dem Gumpal nicht. Das ist richtig nervig. Nur diese fachigen Bombennerven jetzt. Ja, du schaffst das. Man schafft das nicht. 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 Aber Sepp hat's auch geschafft. Na ja, Sepp ist ja auch verrückt. Ja, der ist ja auch verrückt. Deswegen schafft er sowas ja auch. Der ist crazy im Kopf. Der ist schon Super Meatball spielt. Das gibt's genug, die Super Meatball können. Man kann nicht leicht springen. man kann einfach nicht leicht springen darum gibt es den slowness modus ja extra dafür dass man da solche dinge auswischen kann im stück geschafft warum springe ich eigentlich immer bei dem gumpa ja war es ohne das modus kannst du knicken trotzdem aber über die hängt immer noch so eine scheiß pflanze und da springst du dann gegen nein das geht damit der friert diese szenen ein wenn du springst und rüber gehen willst ich würde mich informieren spielen das kann ich nicht ich weiß nicht warum ich das nicht schaffe nee weil ich mein safe eben wieder geschafft habe zu überschreiben so bin ich trotzdem gleich wieder zum gumpa gekommen ach ja weil ich immer entweder an diesem blumen verrecke ich will auf den gumpa drauf springen aber ich weiß nicht warum immer dagegen ist ja nicht wie donkey kong wo du noch im flug noch mal springen kannst oder wenn du ein paar ja der zweite springer ne also eine klatsche nur in der hände und der andere springt auch noch dumm rum ja da ja ja langsam langen arm immer sie so gemütlich und f4 auf den tastatur zu drücken macht mich irgendwann banane bis doch banan das haben wir da angetan wir wollen das auch durchspielen nicht ich hasse die pflanzen ich hasse die pflanzen ich hasse die pflanzen wirst du das ja ich hasse die klatscher ist so ein trick bei geben bei dem kumpel dass man da richtig drauf kommt war das immer vorher auf dem stein kleinen moment aber auch nur das verändert nichts das macht das spiel langsamer mehr auch nicht ja das ist das ja direkt hier vom emulator ja die tasse belegung machen dann wo ist sie denn runter und auch unter misch sind das ja auch slow nesky 14 und ich glaube noch nicht auch die zählte wollte meine augen wird man da nicht mehr verliert halt man da nicht mehr verliert